Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika, hört zu! Wir, der freie Widerstand, möchte, dass ihr euch uns anschließt. Habt ihr es vergessen? Sie haben uns geschlagen, uns ermordet, uns hingerichtet! Viktoria! Heute erfahren Sie, dass Sie sich mit den Falschen angelegt haben. Kommt her und freut mich, ihr Faschistenschweine! Und wenn wir euch heute Nacht mit einem Messer oder gezeigten Fäusten gegen das Regime kämpfen sehen, gehört ihr zu uns! Heute Nacht werden Sie brennen! Mein Kanzler? Mein Kanzler! P.S.4, für die Spieler! P.S. P.S. P.S.